Musik Immer waren es die anderen. Du hattest ein gutes Wort für sie oder einen frechen Spruch. Doch nun bist du's, Rentner, Pensionär, Ruheständler, unwiderruflich und andere haben ein gutes Wort für dich oder einen frechen Spruch. Nein, du fühlst dich nicht so, willst dich auch gar nicht so fühlen, aber du musst dich gewöhnen und du wirst dich gewöhnen wie alle anderen vor dir und alle anderen nach dir. Das alles ist eine ganz und gar neue Erfahrung. Es gibt keine Parallele in deinem Leben. Es ist eben nicht so wie. Es ist neu. Es ist anders. Denn es ist endgültig. Was kein Todesurteil ist, im Gegenteil, eher ein Lebensurteil, ein neues Lebensurteil. Aber das musst du erst begreifen lernen. Ob ich es begriffen habe? Unser heutiger Gast, Jürgen Wert, hat gelesen aus seinem Buch «Mehr anfangbar selten». Herzlich willkommen hier aus dem Skala in Wetziken und herzlich willkommen, sage ich auch, Jürgen Wert. Hallo Jürgen. Hallo Rudi. Hallo. Den Platz. Danke. Sie haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt, ja. Und kennen uns doch und kennen uns doch nicht. Ja, aber es wird sich jetzt sofort ändern. Echt neugierig auf dieses Gespräch. Du hast am Schluss geschrieben und gelesen. Hast du es denn eigentlich begriffen heute? Ich weiß es nicht. Man muss es immer wieder neu begreifen. Also du hast was begriffen heute, aber der nächste Tag ist wieder anders, die nächste Woche ist anders, das nächste Jahr ist anders. Ich glaube, unser Leben besteht darin, dass wir immer wieder neu was begreifen. Wer irgendwann mal sagt, ich habe es jetzt begriffen, ist der kürzeste Golferwitz. Ja. Ich kann es jetzt, heisst er. Also wer sagt, ich kann es jetzt, der hat eigentlich aufgehört zu leben. Und wer sagt, ich habe es jetzt begriffen. Also dieses Buch über diesen Abschnitt, über diese Pensionierung, über diese Gefühle, die du damit verbindest, warum so ein Buch? Der Verlag, ein Verlag hat mich gebeten, mal zu diesem Thema was zu schreiben, weil es dazu nicht so viel gibt, über diese Phase, die gerade für Männer meistens sehr, sehr schmerzhaft ist. Weil Männer definieren sich ja sehr über ihren Beruf. Ich bin das und das. Und dann hören sie auf einmal auf und dann sind sie das, was sie bis dahin waren, sind sie nicht mehr. Und da ich selber in dieser Phase gerade war, habe ich dann für mich selber beschlossen, ich mache das in Form eines Tagebuchs. Habe mich quasi selber begleitet, habe mich selber beobachtet, was geht in mir vor, was erlebe ich, was denke ich, was fühle ich und habe das zu Papier gebracht. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig war für mich selber und ich erlebe heute, dass es sehr wichtig ist für andere, die auch durch solche Phasen hindurchgehen. Ich hätte jetzt fast gefragt, ob es dann ganz anders wird, wenn man weiß, dass es veröffentlicht wird oder es nur für sich selbst geschehen wird. Ja, natürlich wird es anders. Und trotzdem ist es gut, das in Tagebuchform geschrieben zu haben. Ich denke das heute sehr oft, wenn ich das selber nochmal lese. Bestimmte Gefühle, die ich formuliert habe an einem ganz bestimmten Tag, würde ich, wenn ich das zwei Jahre später im Rückblick aufschreiben würde, natürlich anders formulieren. Inzwischen weißt du, wie es ausgegangen ist, wie es weitergegangen ist. Inzwischen hast du diese Verzweiflungsgefühle nicht mehr und die Jubelgefühle hast du auch nicht mehr. Also es wäre alles ein bisschen akademischer und ein bisschen abgeklärter geworden. Es ist interessant, wenn man bei dir auf die Homepage geht, dann hast du so einen Abschnitt. Da steht immer wieder, eigentlich wollte ich. Und dann steht auch ein Leben verläuft anders als geplant. Was ist denn anders gelaufen? Alles, alles. Also ich bin nach der, was bei uns Grundschule heißt, bin ich zur Realschule gegangen, Mittelschule. Dann habe ich dort eine Prüfung gemacht, um in die Stadtverwaltung zu gehen. Dann haben Freunde mich überredet, haben gesagt, bist du verrückt? Du und Stadtverwaltung, du musst Abitur machen, Matura machen. Du musst Theologie studieren, du musst Pfarrer werden und dann habe ich das tatsächlich dann auch gemacht und meine Eltern waren einverstanden. Dann wollte ich Theologie studieren, habe aber dann nicht Theologie studiert, obwohl ich schon Hebräisch gelernt hatte, sondern bin Journalist geworden. Dann wollte ich, als ich bei der Zeitung war, eigentlich zu einer Kirchenzeitung nach Bielefeld gehen. Das hat sich im letzten Moment zerschlagen. Dann kriegte ich eine Einladung zum ERF nach Wetzlar. Und so zieht sich das durch mein Leben. Also eigentlich wollte ich immer was ganz anderes. Und dann bist du plötzlich Chef von ERF Medien Deutschland mit 200 Mitarbeitern, bist Liedermacher. Bist du dann angekommen? Da wollte ich hin? Nein, nein. Also das mit der Musik, das war schon irgendwie, ja das hat irgendwann mal begonnen, als ich noch klein und jung war. Und das ist dann immer wieder so weitergegangen und ich bin da auch immer wieder hineingesogen worden. Also ich habe mich nicht nach vorne gedrängt, das ist nicht so meine Art. Wolltest du nicht Chef werden? Nein, ich wollte nicht Chef werden. Ich wollte überhaupt nicht Chef werden. Es hört sich natürlich sehr edel an, ich wollte nicht Chef werden. Vielleicht ist das auch ein Trick, den ich angewendet habe, wenn andere mich holen, dann bestehst du auch nicht in der Gefahr, dass du abgelehnt wirst. Nein, ich wollte nicht Chef werden. Ich wollte gerne schreiben, ich wollte kreativ tätig sein. Deswegen war ich ja Redakteur auch dort beim ERF und Chefredakteur dann später. Schon Chefredakteur wollte ich nicht werden, weil ich dachte, ich muss dann nur noch auf andere aufpassen und kann nicht mehr selber etwas tun. Und Chef vom Ganzen werden wollte ich nicht wirklich. Ich bin sogar weggelaufen, fast wie Jona, ich wollte es nicht werden, aber ich bin es dann doch geworden und am Ende war es dann hoffentlich auch gut. Wie warst du als Vorgesetzter? Was denkst du, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, unter den 200 Mitarbeitern, wie war der Jürgen Wert als Chef? Ich glaube, Sie würden sagen, dass er sehr menschlich war. Bei meiner Verabschiedung hat jemand gesagt, der Jürgen war ein grosses Herz mit Chef drumherum. Das fand ich eine schöne Beschreibung. Das hat mir natürlich das Chefsein manchmal auch schwer gemacht, weil ich meine Mitarbeiter immer gut verstehen konnte, wenn sie irgendwas nicht wollten oder wenn sie anderer Meinung waren. Also ich habe sehr kollegial geführt. Aber es hat sicherlich auch Menschen gegeben, die gesagt haben, jetzt muss er mal so richtig reinschlagen. Jetzt muss er mal sagen, da geht es lang. Das habe ich sicherlich auch, aber sehr ein bisschen zurückgenommen. Ja, aber da müsstest du jetzt wirklich die Mitarbeiter fragen. Also ERF Medien hast du angesprochen. Du warst Chef da von 200 Leuten. Nicht von Anfang an, aber dann am Schluss, die letzten 20 Jahre. Als Mitarbeiter dann zuerst und dann eben 200 Leute. Medienbetrieb, bist Liedermacher, Buchautor. Was kannst du am besten von all diesen Dingen? Ich glaube, am besten kann ich mit Sprache umgehen. Das macht mir auch am meisten Spaß. Also ich empfinde mich als Wortmaler, als jemand, der versucht mit Worten eine Geschichte oder ein Bild zu malen in den Kopf und in das Herz der Zuhörer oder der Leser. Das mache ich am liebsten und das kann ich auch weitermachen. Das ist das Schöne, das kann ich weitermachen, solange ich denken und an einem Schreibtisch sitzen kann. Das ist schön. Und diese Vorstellung nochmal, wenn wir zurückgehen zu der Formulierung von dir, eigentlich wollte ich und dann kommt doch einiges dazwischen und das Leben verläuft dann anders als geplant. Denkst du, dass es einen grossen Planer, sprich Gott, dahinter gibt, der sonst eine Vorstellung hat? Bis dann macht er das und dann kommt das und dann lernt er die Frau kennen. Ich glaube das nicht. Gut, wenn ich zurückblicke, dann merke ich immer, es hat alles zusammengepasst. Es hat doch irgendwie einem Plan entsprochen. Aber ich habe viele Entscheidungen immer wieder treffen müssen, auch als ich Direktor schon war oder Chef vom IHF in Deutschland. Ich wollte immer mal wieder weg. Und ich habe damals mit einem Freund gesprochen, der hat gesagt, ja, Gott sitzt jetzt neben dir auf dem Sofa und lächelt dir zu und sagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich entscheidest. Das war eine sehr befreiende Vorstellung. Und Gott ist nicht derjenige, der sagt, ich weiss schon, was jetzt richtig ist, du musst es nur herausfinden, sondern Gott nimmt meine Entscheidungen ernst. Und wahrscheinlich hätte Gott gesagt, geh dahin, ich komme mit oder geh dahin, ich komme mit. Also das ist schon so. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder erlebt, dass er sehr deutlich gesagt hat, nein, bleib mal beim IHF, ich brauche dich da jetzt. Im Nachhinein gibt es Dinge oder eine einzelne Geschichte, die du bereust, wo du sagst, das hätte ich anders entscheiden sollen. Ja, man muss ja mit sich selber barmherzig sein und auch mit seinen eigenen Entscheidungen barmherzig sein. Es schmerzt mich manchmal, dass ich nicht Theologie studiert habe, gerade dann, wenn ich mit Theologen zusammen bin. Ich meine, 40 Jahre war ich beim IHF, ich glaube, das kommt zu einem kleinen Mini-Theologie-Studium schon ein bisschen nahe, weil ich mich viel mit solchen Fragen beschäftigt habe. Trotzdem hätte ich es natürlich gerne jetzt nochmal, um es nachweisen zu können. Wenn dich heute jemand fragt, können Sie mir noch Ihre Visitenkarte mitgeben? Was steht denn heute drauf? Heute steht drauf, Wert, W-E-R-T-H. Mein Name ist ja doch Programm, das ist irgendwie ein ganz schöner Name. Das ist auch ein Glücksfall. Ja, und dann steht Töne, Texte, Themen darunter, weil ich das gerne machen möchte. Also es gibt Töne bei mir, es gibt Texte und ich beschäftige mich mit Themen. Insofern bist du auch ein Stück privilegiert gegenüber anderen, die pensioniert werden. Ja, die das alles nicht haben. Natürlich, dann schließt sich dein Werkstor oder es schließt sich deine Bürotür und dann sitzt du zu Hause und bist nur noch Assistent im Haushalt deiner Frau. Warst aber vorher vielleicht der Chef von 150 Mitarbeitern, nur alles das, was du da gekonnt hast, das zählt in deinem neuen Leben nicht mehr. Und ich kann vieles einfach weitermachen, das ist schön. Weil du das angesprochen hast, das ist ja schon ein Thema bei Pensionierungen. Und plötzlich sitzt der Mann doch etwas mehr zu Hause als vielleicht vorher. Was für den Mann nicht schön ist und für die Frau manchmal noch weniger schön ist. Habt ihr das irgendwie so neu verhandeln müssen, euer Zusammenleben? Ja, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor gehabt, wie denn das werden würde. Es ist irgendwie ganz anders gekommen, weil ich eben doch noch gut zu tun habe und auch viel unterwegs bin. Meine Frau hat so eine Beratungstätigkeit, die ist auch oft unterwegs. Also wir versuchen beide, unser eigenes Leben weiterzuleben, haben natürlich trotzdem mehr Zeit auch miteinander. Ich glaube, dass das für jede Beziehung wichtig ist. Die zwei sind zwar ein Wir, aber jeder muss auch ein eigenes Ich bleiben. Und das hört nicht auf einmal auf, wenn die Pensionierung da ist. Also wenn ich meiner Frau sagen würde, wie, heute Nachmittag trifft du dich schon wieder mit deiner Freundin? Ich dachte, du wärst mal zu Hause. Das wäre ja auch furchtbar. Oder wenn die Freundin zu Besuch kommt, ich sitze da immer dabei. Das ist ja, nein, ich will mein eigenes Leben gerne weiterführen. Und sie muss ihres auch weiterführen. Also es geht darum, auch Dinge neu auszuhandeln. Das musst du auch, ja, aushandeln oder ausprobieren. Oder ausprobieren. Vieles musst du ausprobieren. Du brauchst einen wunderschönen Begriff, aus meiner Sicht zumindest, sich entpflichten lassen. Wie bist du auf Dinge gekommen und was heißt das? Ja, das ist ein alter kirchlicher Brauch in Deutschland, den man in den letzten Jahren neu entdeckt hat. Und ich fand das so hilfreich. Ich bin wirklich in einem Gottesdienst entpflichtet worden. Also mir ist wirklich in einem Gebet und mit Segen die Pflicht und die Verantwortung symbolisch von den Schultern genommen worden. Und ich habe mich tatsächlich danach, also komisch, aber ich habe mich danach tatsächlich befreit gefühlt. Ich bin jetzt nicht mehr verantwortlich. Weder für den Etat, noch für die Mitarbeiter, noch dafür, was wir im nächsten Jahr machen, ob wir bauen, ob wir nicht bauen. Ich bin dafür nicht mehr verantwortlich. Gab es Trauerphasen? Ja. In diesem Abschiednehmen? Ja, es gab viele Trauerphasen. Ich erinnere mich an meine letzte, wir haben immer so regelmäßige Informationsstunden mit den Mitarbeitern. Und dann habe ich irgendwann die letzte Informationsstunde gehabt, habe gesagt, das war jetzt meine letzte Infostunde, ihr werdet mir fehlen. Und da merkte ich, wie ich einen Kloß in den Hals bekam. Also die Trauerphasen haben nicht so viel mit Titeln zu tun, sondern sie haben was mit Menschen zu tun. Ich wusste einfach, mit vielen Menschen bin ich jetzt nicht mehr unterwegs. Ich werde sie nicht mehr zufällig auf dem Flur oder wo auch immer treffen und mit ihnen einen Kaffee trinken. Trauerphasen gibt es natürlich. Also das ist fast ein bisschen so ähnlich wie beim Sterben, wo es ja auch die unterschiedlichsten Phasen gibt und die muss man dann auch einfach zulassen. Hast du da Tipps für Leute, die genau in diese neue Lebensphase reinkommen? Ja, man muss drüber reden. Also der große Tipp ist natürlich für alles immer drüber zu reden und zu sagen, hör mal, da geht mir jetzt was auf die Nerven bei dir. Oder so, oder, oder. Es gibt diesen wunderbaren Film von Loriot, Oh, ich weiß nicht, ob man den in der Schweiz auch kennt. Natürlich, den kennt man. Ich habe mal gesagt, den müsste eigentlich jeder Mann vom 40. Lebensjahr jedes Jahr sich einmal anschauen, damit er weiß, was ihm blühen kann, wenn er sich auf diese Zeit nicht vorbereitet. Also da sitzt der ehemalige Chef zu Hause und kauft plötzlich tausend Gläser Senf ein oder sowas, weil er die günstiger gekriegt hat, als wenn er ein Glas Senf nur gekauft hätte. Ist ein Alien, ist ein außerirdischer Zuhause, weil er sich nie Gedanken gemacht hat, wie das Leben danach weiterzugehen hat. Fremd im eigenen Haus, ja. Also man muss drüber reden. Und ich muss als Mann, wenn es mich als Mann betrifft, überlegen, was ist denn meine Vision für die nächsten Jahre? Was will ich denn tun? Für was will ich denn tätig sein? Also man braucht, glaube ich, dass man gebraucht wird. Und wenn es, ich habe einen ehemaligen Kollegen, der hat irgendwann entdeckt, nachdem er ein tiefes Burnout hatte, eine tiefe Depression hatte, nach dem Eintritt in den Ruhestand, es gibt hier ein Seniorenheim und da gibt es ganz viele alte Leute, die haben keinen Menschen. Und der fährt sie im Rollstuhl spazieren in der Stadt, in der er wohnt. Und er ist wieder glücklich. Und die alten Leute sind glücklich. Das müssen nicht die grossen Dinge sein. Aber irgendwas, Amerikaner würden sagen, to make a difference, also einen Unterschied bewirken im Leben von anderen Menschen, das macht mich glücklich und zufrieden. Gibt es Dinge aus deiner heutigen Sicht, die man vor der Pensionierung bedenken sollte? Unbedingt. Ein, zwei Dinge. Also zum Beispiel, man muss bedenken, dass die Pensionierung kommt. Neulich traf ich einen Freund, der sagte, in zwei Jahren gehe ich in den Ruhestand. Aber ehrlich gesagt mache ich mir da keine Gedanken. Ich habe zu ihm gesagt, du, dann wird es aber jetzt langsam Zeit. Das ist so einer, der ist ganz wichtig in der Kirche und so. Der geht von Sitzung zu Sitzung und hat alle möglichen Gremien und alle möglichen Projekte. Also was ist er dann noch? Was macht er dann? Da muss man sich wirklich Gedanken machen. Also man muss das planen. Man muss, glaube ich, eine Vision entwickeln, ein Konzept entwickeln für sich selber. Was mache ich denn danach? Und das fängt nicht erst an, wenn man 65 ist. Wer nie eine Geige in die Hand genommen hat, wird doch nicht auf einmal mit 65 sagen, jetzt mache ich mal Musik. Oder wer immer nur an seinem Schreibtisch gesessen hat, wird doch nicht plötzlich zum Jogger oder zum Skilangläufer. Sondern man muss das vorher anfangen, damit Dinge nicht neu beginnen, sondern weitergehen, dass man die weiterführen kann über diesen Abschnitt hinaus. Es hört sich so an, wie wenn man sich ein Stück weit wenigstens wie neu erfinden müsste. Oder könnte auch. Ja, das ist so. Es ist eine wunderbare Zeit. Ich genieße das sehr. Du bist unglaublich frei. Aber du kannst das nicht vergleichen. Es ist eben, weil es ein ganz neuer Lebensabschnitt ist. Du kannst nicht sagen, das ist jetzt wieder so wie. Sondern es ist was anderes. Und vielleicht muss man manchmal auch andere fragen und beobachten und sehen, wie machen die es? Wie will ich es nicht machen? Oder wie könnte ich es vielleicht machen? Jetzt so der letzte Tag im Büro in Wetzlar, das stelle ich mir irgendwie, ich stelle mir das eben so vor. Aber wie du das wirklich erlebt hast, das hast du auch beschrieben, dieses Sich-Trennen von Dingen. Da wäre ich froh, wenn du das mal vorlesen würdest, mit deinen eigenen Worten. Von meinem Büro im IAF aus bin ich immer wieder mit einem grossen Papierkorb zu den Abfallcontainern im Hof gestiefelt. Und manchem, dem ich unterwegs begegnet bin, habe ich mit gespielter Verzweiflung zugestöhnt. Und ich werfe gerade einmal 41 Jahre Leben weg. Das wirklich Wichtige hebe ich auf. Klar, die Bücher mit den persönlichen Widmungen, die meinem Leben einen besonderen Schubs gegeben haben. Manches werde ich noch einmal in Ruhe bedenken. Manches Stück Leben in Gedanken noch einmal leben. Und mich fragen, was ist geblieben? Von Menschen, von Texten, von Gedanken. Tja, Jürgen, was ist geblieben? Ich glaube, was bleibt, sind Begegnungen mit Menschen. Was bleibt, ist das, was, und das bleibt dein ganzes Leben, was du in ein anderes Leben hineinbringen kannst, an Gutem, an Hellem, an Schönem, oder was andere in dein eigenes Leben hineinbringen. Oder wenn mir jemand erzählt, da hat mir damals ein Lied sehr geholfen, oder was ich da in einem Buch gelesen habe. Das bleibt, das Buch selber bleibt nicht. Aber so ein Impuls, ein Stückchen Liebe, ein Stückchen Barmherzigkeit, ein Stückchen Menschlichkeit, ein Gedanke von mir, der vielleicht auch ein Gedanke von Gott ist. Gab es auch Dinge, von denen du dich gerne getrennt hast? Ja, natürlich. Endlich, ah, das muss so ein Kitz. Ja, natürlich, natürlich. Also diese Verantwortung, ich meine, der ERF ist ein Werk, das von Spenden lebt. In Deutschland brauchen wir 13, 14 Millionen Euro jedes Jahr. Ja, ich bin einer, der lieber Geld verschenken würde. Aber ich musste natürlich immer dafür schauen, dass ich auch Menschen sage, wir brauchen Geld, wir brauchen deine Spenden. Dass ich das nicht mehr muss, ist wunderbar. Ich bin nicht mehr verantwortlich für Etats. Ich habe viele Sitzungen nicht mehr, die ich nicht so sehr gemocht habe. Ich muss keine Mitarbeiter mehr ermahnen. Ich muss niemanden mehr entlassen. Das sind Dinge, da bin ich schon sehr froh drüber. Also, hast du meine Schwächen? Ich? Ja. Nein. Nein? Nein. Das dachte ich mir. Nur meine Bescheidenheit. Meine Bescheidenheit ist meine einzige Schwäche. Nein, es gibt viele Schwächen, die habe ich natürlich auch in meiner Berufszeit gehabt. Also, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Also, ich nehme sehr, habe ich ja vorhin schon gesagt, wahr, was auch in anderen vorgeht. Das macht es natürlich manchmal schwer, harte Dinge von anderen zu fordern. Aber manchmal musst du sagen, egal, wie du dich jetzt fühlst, das ist dran, das musst du jetzt machen. Und ich erwarte auch, dass du das übermorgen fertig hast. Eigentlich will ich auf etwas anderes aus. Ich glaube, dass Stärken immer gleichzeitig auch Schwächen sind. Genau. Aber genau, willst du hinaus? Eigentlich hinaus will ich, kannst du heute damit besser umgehen? Mit den Schwächen? Ja. Ja, ich weiß das nicht. Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der hat keine Gewohnheiten. Gewohnheiten werden mir ganz schnell langweilig. Das ist ein großer Vorteil. Aber manchmal würde ich mir so Gewohnheiten wünschen. Also, immer zur selben Zeit aufstehen. Immer, jeden Tag, für eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde in diesem großen, alten, wichtigen Buch lesen, in der Bibel. Immer zur selben Zeit ein Gebet sprechen. Oder regelmäßig zum Jogging zu gehen. Das habe ich alles nicht so. Du eignest dich nicht so dafür? Nee. Das hätte ich manchmal gerne ein bisschen. Bist du versöhnt? Also, weil das ist ein großes Thema, finde ich, ein Schlüsselthema, sagst du, des Lebens. Versöhnt mit dir selbst? Ja, das muss aber immer wieder neu geschehen. Das muss immer wieder neu geschehen, weil ich sehe natürlich meine Schwächen. Ich sehe das, was nicht so richtig so schön ist oder so gut ist, wie ich mir das vorstelle. Natürlich bin ich ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch. Das ist einerseits gut, ist aber auch eine Schwäche, weil man muss auch irgendwie uneingeschränkt zu sich selber stehen können. Also, dieses uralte Lied Du bist du, das habe ich natürlich wie alle Lieder zunächst einmal für mich selber geschrieben, dass ich sage, so wie du bist, ist das okay? So bist du geliebt? Du bist du. Habe ich x-mal auch selber als Moderator bei DRS1, wie es damals hieß, aufgelegt und wurde gewünscht und war auf der Hitparade ganz oben. Also, das Lied hat eingeschlagen. Was glaubst du ist der Grund? Du erlebst ja so viele Geschichten im Zusammenhang mit diesem Lied. Also, dieses Lied ist ja 40 Jahre alt und ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Also, immer neue Generationen entdecken dieses Lied und es taucht in Zusammenhängen auf, wo ich es nie hingeschickt hätte. Also, es ist zum Beispiel im Frauengefängnis in Chemnitz, da ist es die Knasthümner, hat mir eine Redakteurin erzählt von uns, die dort zu Besuch war. Da gibt es ja so Zeilen wie, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu, du bist du. Das sind, glaube ich, so Botschaften, die braucht jeder Mensch ganz, ganz dringend. Und wenn du so, wie eine Frau, die im Gefängnis ist, die kommt sicherlich nicht von der Sonnenseite des Lebens, sonst wäre sie da nicht. Und die hat möglicherweise noch nie gehört, dass sie gewollt ist und dass sie nicht ein Kind des Zufalls ist, sondern ein genialer Gedanke Gottes ist. Ich glaube, das ist irgendwie das Geheimnis. Und das brauchen die Menschen alle. Und ich brauche das auch. Ich habe das ja eigentlich auch für mich selber geschrieben, wie die meisten Lieder. Du hast jetzt eine CD eben aufgenommen, unter anderem mit Musikern von den Söhnen Mannheims. Kennt man bei uns auch. Wie war das? Das war wunderbar. Ich war sehr unsicher, ob ich noch eine CD machen wollte, also selbstkritisch, weil ich denke, reichen meine Lieder jetzt aus, um eine neue CD zu machen. Und Florian Sitzmann, der auch bei den Söhnen Mannheims ist, hat das dann produziert und arrangiert, hat zum Teil neue Melodien geschrieben. Es sind ein paar ältere Lieder dabei, wo ich an den Texten noch mal gearbeitet habe, neue Strophen geschrieben habe. Es sind auch ganz neue dabei. Und ich habe den einen. Und das ist meine schönste CD. Und ich fühle mich so authentisch. Ich fühle mich so echt dabei. Und er hat das wunderbar getroffen. Also ich bin ganz glücklich damit. Ich möchte noch mal einen Ausschnitt von dir hören, aus dem Buch. Ich gebe Zeug, damit die Zukunft nicht von meiner Vergangenheit bestimmt wird. Auch so eine, finde ich, gelungene Formulierung. Sich erinnern. In dieser besonders einschneidenden Lebensphase ist das wohl besonders wichtig. Stehenbleiben und zurückschauen. Was war da? Eindrucksvolle Szenen des eigenen Lebensfilms noch einmal erleben oder erleiden. Sich rühren lassen. Lachen und weinen. Und beten. Gerade heute schenkt mir das Losungsbuch als neutestamentlichen Lehrtext wieder einen kostbaren Gedanken von Paulus. Was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Vergessen wohl nicht in dem Sinn, dass ich alles aus meiner Erinnerung schiebe. Das wohl nicht. Eher in dem Sinn. Ich nehme der Geschichte und den Geschichten meines Lebens die Macht, die Richtung meines künftigen Lebens zu bestimmen. Ich gebe alles dankbar zurück und erwarte Neues. Von Menschen, von mir, von Gott. Das ist so schön formuliert. Ich gebe das zurück, dankbar zurück. Was erwartest du nun von Menschen? Von dir, von Gott? Ein bisschen viel aufs Maler. Ja, das ist ein bisschen viel aufs Maler. Sortieren wir das kurz von dir. Ich erwarte von mir, dass ich, ich hoffe, dass ich irgendwie jung im Kopf bleibe. Also alles andere wird natürlich älter, klar, aber ich wünsche mir so sehr, dass ich jung im Kopf bleibe, dass ich ein bisschen hungrig bleibe, dass die Sehnsucht nicht stirbt, dass die Träume nicht sterben. Von Menschen erwarte ich, dass es, ich bin froh, dass es Menschen gibt, die diesen Weg mit mir gehen. Also meine Frau, meine Familie, gute Freunde, gute Freundinnen und Freunde. Und von Gott erwarte ich, dass er mich festhält, dass er mich nicht loslässt. Also, wenn es darauf ankäme, dass ich ihn festhalte, wird er mir oft abhanden kommen, weil ich keine Lust habe, ihn festzuhalten oder keine Kraft habe, ihn festzuhalten. Ich hoffe einfach, dass er mich festhält bis zum letzten Atemzug. Und jetzt hast du dir tatsächlich auch in einer bestimmten Phase vor der Pensionierung einen Coach genommen. Ja. Was hat er dir geraten? Der hat mir gesagt, zum Beispiel, du musst eine Vision entwickeln für die nächsten Jahre. Für die nächsten 30 Jahre, hat er gesagt. So viel steht statistisch dir noch zur Verfügung. Also ich weiß ja nicht, ob das 30 Jahre sind. Ist das beängstigend der? Nee, beängstigend fand ich das gar nicht. Sondern es hat mich dazu gezwungen, jetzt nicht zu sagen, es geht jetzt was zu Ende und mal gucken, was kommt, sondern zu begreifen, da wartet jetzt noch ein ganzes Leben auf mich. Wie lang das sein wird. Ich habe keine Ahnung, ob das noch ein Tag ist oder ob das 30 Jahre sind. Keine Ahnung. Und dafür sich genau zu überlegen, was will ich denn mit dieser Zeit machen und nicht einfach nur in den Tag hinein leben. Was will ich ausrichten im Leben von Menschen und in dieser Welt? Kannst du uns da noch zum Schluss ein bisschen Einblick geben in diese neuen Gedankengänge? Ja, natürlich gehört für mich das Schreiben dazu. Also ich möchte weiterhin schreiben. Und das Schreiben wird schwerer, je länger man es macht, weil man will sich ja nicht ständig wiederholen oder etwas sagen, was man schon siebenmal gesagt hat, sondern sowas Neues auch sein. Ich möchte weiterhin Lieder singen. Ich merke immer, wenn ich Lieder singe und zwischendurch meine Geschichten erzähle, dass ich sehr, sehr nah an die Menschen herankomme und sie natürlich auch nah an mich herankommen lasse. Und ich möchte Ihnen sagen, dass wir einen Gott haben, der unendlich barmherzig ist. Dieser Gott ist barmherzig, sonst gäbe es mich nicht mehr und dann gäbe es die Welt auch gar nicht mehr. Dieser Gott ist wirklich der liebende Vater im Himmel, der möchte, dass unser Leben gelingt. Und ja, das möchte ich, solange es geht. Und wenn es eines Tages nicht mehr geht. Ich habe ein Lied auf dieser neuen CD, das erzählt von einem alten Mann, zu dem die Menschen immer kamen und wenn sie Probleme und Fragen hatten. Und da hat er ein gutes Wort für sie und dann hat er sie am Schluss gesegnet. Und er kann dann immer weniger. Irgendwann sieht er nicht mehr. Irgendwann hört er nicht mehr. Irgendwann kann er nichts mehr sagen. Irgendwann kann er auch nicht mehr segnen. Und dann kommen die Menschen trotzdem weiter und legen ihr Ohr an sein Herz. Und das finde ich ist ein wunderschöner Gedanke. Und ich hoffe, dass wenn Menschen ihr Ohr an mein Herz legen, dass sie dann Barmherzigkeit und Liebe begegnen und dass sie am Ende Jesus begegnen, dass sie Gott begegnen, der in meinem Herzen wohnen möchte und da immer wieder neu einziehen möchte. Also das wünsche ich mir. Was für ein Schluss. Jürgen Wert, ganz herzlichen Dank. war mir selbst ein Vergnügen. Ich danke dir. Und danke für die Inspiration. Danke dir. Mehr dann am nächsten Montagabend, am 8. auf Radio Live Channel. Und wir verlassen fünf signierte Bücher, mehr Anfang war selten, vom Jürgen Wert und fünf von den neuen CD-Nahaufnahmen, gesponsert vom SCM Verlag und von Gerd Medien. Schreiben Sie uns bis zum nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse und schreiben Sie einfach kurz her, ob CD oder Buch. Am nächsten Wochenende lasse ich Sie zu der Sendung mit Aline Baumann. Dort geht es um Gewalt in der Familie. Und bei uns in zwei Wochen heisst es «Bildjournalist trifft Gott». Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017